besser spreche ich das nicht aus das bringt das dass er das hinterlegen kann. Was ist das für die Verjüngung? Was ist das da? Ich glaube, das stellt dann wieder die gleichen Punkte her, oder? Wie man am Anfang hat, oder was weiß ich? Wie früher haben wir? Haben wir jetzt... Jo... Da mache ich das auf. Mal testen nur mal ganz kurz aus. Guck mal an, ich bin jünger geworden. Mal gehen. Mal gehen. Ne Quatsch, ich mach einfach. Mal. Und tschüss. Hallo und willkommen Youtube. Äh, wo bin ich denn hier? Au, wir sind gerade mal hier, okay. Ich wollte ganz anders sein. Und schon mal mit meinem alten Headset auf. Also mit dem besseren. Ja. Und ich wüsste schon, wo wir hingehen sollen. Ey. Scheiß Wasserfall. Man, ich mag dieses. Das hat mir wirklich angetan, dieses Hüpfen. Sieht echt geil aus. Oh, die Frösche. Und ja, wo das lag. Das war ja... Also die... Diese Kopfer werden ja automatisch, äh, vom... Computer runterladen. Brauchte ich nichts zu machen, ne? Aber der Pegel war ganz unten. Das... Hatten sich andere, äh, auch... Vorgestellt, ne? Was da sein könnte. Schneller. Und ich hab ja jetzt auf einfach stehen, ne? Das ist dann auch gut... Dass das zu hören ist. Aber irgendwie sind die Kopfhörer schlechter. Ich weiß auch nicht. Die klingen schlechter. Also wenn ich, äh, vom Ohr höre. Finde ich die irgendwie schlechter. Aber wenn ich gerade so höre die Musik... war das auf den eigenen Kopfhörer irgendwie besser. Ja, ne, nicht hier. Das war nicht hier, sondern... Das waren so Schwarzgoblins. Nein. Über die Brücke. Wo ist die Brücke? Da. Also war's doch da unten. Bäm. Dann waren ja noch diese Schwarzgoblins, die wir steigen können. Mal gucken, was da in diesem Gang ist. Wir legen nochmal Quick-Safe. Ähm. Ah, das hab ich jetzt irgendwie... irgendwie... aus dem Kopf. Ist Quick-Safe. Mann, ne, Mann, ne, Mann. Das stand ganz unten. Ah, okay. Schnell speichern. Okay. Okay. Ja. Häuptling. So. Ähm. Zauber. Haben wir ja auch noch. Feuchtigkeiten. Meinte ich. Ähm. Das... Das kann man nicht einsetzen. Das auch nicht. Hm. Hm. Ähm. Es gibt da auch... Schlüssel knacken. Erzabbauen. Wie kann man denn Erz abbauen? Bitteschön. Erzschürfen. Irgendwie. Ja, Mann. Erzschürfen. 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 Verteidigung. Was stand da? Ah, cool. Ja. Wo geht's denn hier lang, alter? Aufpasst, dass man nicht hier runterfliegt. Nimm mal Nummer 6, ne? Ist das 7? Ne, 6. Oh, denn sind Goblins. Oh, denn sind Goblins. Ich komme. Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Hey Ah Jetzt auf einmal können wir Erdschirfen oder was Letztes Mal war das doch nicht möglich, oder? Habe ich so eine Erfahrung Quicksave Bevor jetzt noch welche Dreckszölen kommen Da habe ich es Versuch's doch Ja, versuch's doch Versuch's doch, jünger Mann Nummer Nummer 6 Oh, da hinten ist eine ganze Weide, oder? Speichere mal Häuptling, verdammte Axt Nichts Schütze Verdammt, das sind Schütze Kopf, blönerz Boah, es dröhnt jetzt aber voll Mach, mach, mach Speak up, ne? Hallo, ich möchte ein Bild von dir haben Genau So, habe ich gerade so ein Bild von dir gemacht Oh, wir haben so ein komisches Goblin-Ding Willi, Schlösser knacken Wir haben noch Worte Ah, wir können, ah, steigern Steigerungspunkte auf vorne Mach, Lebenskraft, Lebenskraft, Stärke Lebenskraft mal eins, ne? Intelligenz, Gewandtheit und Willenskraft Annehmen Und Fertigkeiten Da machen wir direkt Schlösser knacken Da gucken wir nochmal Annehmen Ja Und Platz Yes What the hell? Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung Ja, das sehe ich Und jetzt geht's hier runter Warte mal Aber vorher mach ich ja Die Musik ein bisschen Neiser Das ist schon laut Deutung an mir Oh Aber irgendwie kommt das nur aus In einem Na ja Äh Hoffen wir, dass ihr Mich hören könnt Ach, ich hätte es Safen müssen Safe Was Was, what the hell Was ist das denn? Wie ausgeplündert Flick mal die Blümchen hier Scheiter Warte erstmal Gucken wir mal Was ich denn gerade für Ne Waffe geholt hab Was war das denn? Ein Hammer Damit kann ich nichts anfangen Wie, ja Mir kannst nichts anfangen Achso Du brauchst benötigte Stufe 11 Oh Aber die ist ja schlechter Ne, besser Also Ja 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 Wir müssen weit Ach du geil Nein Geil Ich safe mal So Immer Safen Zur Sicherheit 40 Ein weiterer Gegenstand Für meine Sammlung Der ist nix Der hat nix Der will nichts Ne Pflänzchen Ein weiterer Gegenstand Für meine Sammlung Mach ne Tour Was bringt das Was bringt das jetzt? Ich safe mal Da könnte jemand Oder? Was ist das für einer? Was bringt das denn jetzt? Knochenkrieger Knochenkrieger Sacht What the hell Acht ist der Wow wow Ich dachte Die wären alles mit Waren die nicht mit Elf Die meiste Trümmer Ne Alles schön mitnehmen So Äh Quicksafe Und weiter Wer ist das denn? Die wurden im Schlaf Gebracht Das hat n Viel Überrascht Eines Kopfes Ah Da kann man die Kreaturen So machen Muss man weiter hin Wir haben schon viele neue So ein Trank Ein weiterer Gegenstand Für meine Sammlung Au das zieht Was scheiße Es war so ne Falle Deck Sack Gewacht Manchmal ist das ne Falle Manchmal nicht ne So schlau sind die schon Boah Quicksafe Dann liegt auch noch einer Was haben wir denn hier Okay Nix Nix Ich will auch noch ein Bett legen Ich war auf jeden Fall mal so ein Knochenkrieger Komm an Komm an Komm an Komm an Knochenkrieger Ich bin auch noch automatisch gekült Save Das ist schon wieder so ein Ding Dann save ich Die da was Skelett Magier Cool Die mal wenig EP Irgendwie Kommt da jemand an können das schild nicht ganz am anfang oder was das gibt es doch nicht verarschen zum quicksave da oben ist noch ne truhe wie kommt man denn da jetzt dran da ist ein leiter quicksave hallo